Willkommen zurück zu Super Salzboy, beziehungsweise Super Meat Boy. Aber Super Salzboy trifft es ja ganz gut, weil wir ja hier jetzt in der Salzfabrik sind und ich glaube, wir werden gleich richtig schön eingesalzt, könnte man sagen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem vierten Part von Super Sal Meat Boy. Hey! Meat Boy! Meat Boy! Den kaufe ich mir! Den kaufe ich mir in den Wetter! Hä? The Factory! Wie ist das andere? The Hospital? Und was ist das andere? The Forest? Okay. Na gut, dann drückt mir mal die Daumen. Hier den Knödel, den nehmen wir natürlich nicht, also den Headcrap Knödel. Wir nehmen unseren Meat Boy. Geseitin, ihr wollt mal andere Charaktere sehen, dann müssen wir das sagen, ansonsten würde ich gerne darauf verzichten, weil das Spiel ja nur Meat Boy heißt. Blaster! Ach du Scheiße! Yeah, man! Easy Mode! Ach du Scheiße! Hast du mal wieder klarkommen hier? Habst du schon lange nicht mehr gespielt? Also lange, zwei Tage jetzt, ne? Kommt hin, oder? Gestern haben wir ja eine Pause gemacht, eine kurze. Beziehungsweise heute. Also, aus eurer Sicht gestern. Und, das ist bestimmt ein Pflaster, oder? Yeah, man! Wir haben's halt drauf, ne? All! Das ist aber schon Millimeterarbeit hier, würde ich mal behaupten. Ach du Scheiße! Wir haben überall alles vollgeschmiert hier. Oh, nee! Nee, so garantiert nicht. Ach du Scheiße! Bisschen übertreiben sie's mit ihrem Scheiß-Salz, oder? Ah, komm! Bisschen pingeli, ich war schon an der Wand dran. Fick! Fuck! Gibt's doch gar nicht! Oh, scheiße! Oh Gott Willkommen zu 30 Minuten Salzfabrik Ich wollte gar nicht da hoch Ich wollte auf der Plattform hier landen Wo ich auch starte Das ging auf einmal so fix Und dann ist er da hoch Oh Gott, Scheiße, Mann Ohhhhhhh 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 Ja Sieht man macht mal ein Replay draus Ich verspreche es euch Das wir da das Replay diesmal laufen lassen Das liegt wieder nach Nach einem fetten Replay Ah Ich lebe noch, ich lebe noch Uh Ja 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 Nein Aua Handgelenk Hör auf Oh Ich lebe noch Ich lebe noch Das ist nicht Ich lebe noch Ich lebe noch Ich lebe noch Wo haben sie das denn ausgegraben? Diese Fleischklops, ey. Ich weiß, wahrscheinlich wäre es Glück, gleich weiter zu springen, aber ich trau mich nicht. Ja, genau deswegen, wenn ich dann so weit nach oben komme und dann sonst wo in der Scheiße lande. Also in dem Fall natürlich im Salz, nicht in der Scheiße. Scheiße! Aber die Muck ist wieder geil, obwohl sie nämlich gerade nicht fröhlich stimmt. Das werden wir heute debattlich schaffen, das sage ich euch jetzt schon. Ah. Ich habe das gesehen hier, wie... Ja. Oh Gott, wie soll ich das machen? Ah Yeah, 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 nice Ok, ich nehme alles zurück. Aber hier habt ihr das Replay. Ich wollte schon was wegdrücken. Ach, das scheiße, Mann. Holy fuck, ey. Man müsste doch noch sehen, wie viele Versuche es im Endeffekt waren, ja. Ne, das wäre nicht schlecht für dich. Da habe ich mir natürlich jetzt Zeit gelassen bei dem Sprung, weil ich Angst hatte. Und dann bin ich schon hingeflitzt. Und dann hat das mir wieder entrissen. Okay, was denn jetzt? Ach, du heiliges. Ich sehe das Förderband hier. Und jetzt muss ich dagegen. Jetzt muss ich nämlich in die andere Richtung und dann zieht es mich natürlich zurück. Bestimmt ist hier oben irgendwo ein Pflaster. Ach, bestimmt ist hier oben oben ein Pflaster, oder? Ich muss jetzt darauf achten, wenn wir da lang gehen. Ah, ich sehe keins. Ist diesmal kein eins, oder? Ach du Scheiße. Ich will nicht sterben. Aber das Level ist cool. Cooler wie das vorherige. Wir haben ja noch ein bisschen was mit Skillreisen und nicht nur mit Glück. Das ist klar. Boah. 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 Ja. Nice. Na ja, great. Ey, ist das auf keinen Fall. Das ist klar. Das ist klar. Boah. Ja, nee, eigentlich nicht, oder? Mach du Scheiße. Das würde was werden, ey. Okay. Ohne, wie soll ich das anders? Lohne, wie soll ich das machen? Hä? Wie zur Hölle soll ich das Pflaster denn holen, ohne zu sterben? Das erklärt mir mal, Freunde. Das erklärt mir mal, Freunde, wie ich das Pflaster holen soll, ohne zu sterben. Ach, das stimmt jetzt so einen komischen, äh, mit dem anderen Charakter. Äh. Der Beatball klappt das nicht, ey. 100 Pro. Wie soll ich denn da runterkommen und dann wieder hochspringen? Das geht gar nicht. Guck mal, da ist gar nichts. Da ist nur Salz ringsrum. Geht wahrscheinlich nur mit dem Commander-Typ, wie da, ne, den ich leiten kann. Da kann man runterspringen und dann wieder nach oben gleiten oder sowas. Stimmt das? Kann das sein? Wie komme ich da rein? Hä? Ach du Scheiße, ich habe eine Ahnung, was ich muss nur wollen. Ach du Scheiße. Ach, hör doch auf. Aber cool ist es. Aber ich weiß nicht, wie ich an die Warpzone rankommen soll, wenn ich ehrlich sein soll. Das ist doch zu alles. Liegt da irgendwo ein Schlüssel rum? Mal gucken, ich glaube, achten. Im Replay. Ich wüsste sonst nicht, wie ich da hinkommen soll. Guck mal, hier ist auch kein Loch, wo man rein kann. Na, ich glaube nicht, oder? Also ich wüsste nicht, wie ich in die Warpzone reinkommen soll. Weiß das andere von euch? Könnt ihr mir das gerne sagen? Ach du Scheiße. Hä? Ach so, okay. Oh, die war Grade 8. Komm mal nochmal. Dann stelle ich das Level. Ja. Ja, jetzt. War zwar auch nicht viel schneller, möchte ich mal behaupten, aber... Nun gut. Ach, Quatsch, nicht abspringen. Das ist der Reflex, immer springen zu wollen. Kennt ihr bestimmt auch. Ich hab's schon gesehen, das ist eine Warpzone. Das ist ein cooles Element, ey. Das gefällt mir sehr gut. Ich frage mich gerade, wie ich an die Warpzone rankommen soll. Das geht ja gar nicht. Können wir auch wieder nur mit dem Commander-Typ hier hin, oder? Kann das sein? Könnte sein. Ich wüsste nicht sonst wie. Ich hol's nochmal ganz kurz, wenn ich wissen will, ob da unten ein Pflaster ist, wo die... hier... wo unser... Schnuckelchen ist. Hier, äh... Wie heißt der? Bandage Girl? Ich wüsste nicht, wie ich da hinkommen soll. Oh, ne. Ich glaub nicht, ne? Ich wüsste nicht, ne? Hm... Zu wenig. Wollen wir wenigstens das Great A. Scheiße, ob das Pflaster, falls hier eins sein sollte. Oh Gott, was ist das denn? Raketen, man! Ja, wenigstens Great A. Nice. Okay. Bibi-Fax. Ich glaub Bibi-Fax hier. Oh yeah. Aber kein Great A, das machen wir nochmal. Das riecht nach Great A, in der Möglichkeit. Okay. Oh, ne natürlich nicht so. Oh. Natürlich nicht so. guck mal ob hier außen irgendwas ist außer nichts da ist das pflaster guck mal lol ok oh scheiße aber das pflaster holen wir uns auf jeden fall boah 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 warum hüpft er denn warum hüpfe ich denn hilf doch erst wenn die rakete geschossen ist du dumme sau genau gib mir die scheiß pflaster ja ja Das ist doch ein Witz, geh doch in die scheiß Ecke zu dem Fickpflaster, du Ficker. Nein, nein, ich lebe morgens, nein! Oh, zu früh gesprungen, zu früh! Nice! Ja! Die Wiederholung gucken wir uns natürlich an. Ja, in der vorletzten Kammern bin ich am meisten gescheitert. Naja, geht so. Aber gar kein so uncooles Level, finde ich. Kommt das scheiße, oder was? Hä? Ja, wenn der Anfang schon scheiße ist, kann es schon gar nicht mehr funktionieren. Bist du? Genauso wie hier. Hilf doch, du! Ja, so ist es gut. Ja, nice, 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 nice. Erstmal Bibi, fack, sogar grade A, aber wir waren gar nicht schnell. Oh! 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 Hey! Hey! Hey, hey! Hey! Hey, hey! 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 Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. L-L-L-L Okay. Das riecht nach Pipifax. Stimmt das? Ja, das ist eigentlich schon Pipifax. Können wir nicht in die Sägeblätter hüpfen? Nein! Oh, so kurz vorm Scheißhaus, wie man umgangssprachlich gerne mal sagt. Ja, na also, es geht doch. Oh! Oh! So, sauber. Ah, zu gierig, zu gierig. Ich habe das gesehen, wie ich zu ihr hin wollte. Und so bekrapschen wollte. Komm her. Hm. Hm. Ja, nice. Was war das jetzt? War das A-plus? Ich habe das aus dem Weg gedrückt. Ich muss gleich mal kurz mal warten. Weil ich es wissen will. Oh, das sieht nach A-plus aus. Ah, ja. Ah, ja. Wie viel ich fang? Über 30 Punkten. Nein, 3,5 Punkten. Komm her. Oh, das ist ja alles. kommt ja noch Donkey Kong und Super Meatball, äh, Donkey Kong und, ähm, Surgeon Simulator. Ach du Scheiße, ach du Scheiße! Na, kann ich schon gar nicht mehr schaffen. Fährt zu lahm. Hm, was macht er, ey, was macht er? Na, also, Biggie Pugs. Ach du Scheiße. Oh, Fick! Ich wollte doch gar nicht da hin. Hä? Wie? Ist doch, hä? Lol! Da muss man nochmal runter zum Schlüssel. Ich flipp gleich aus, ey. Ach du Scheiße, da hüpft er durch das Loch durch, ey. Ja, nice! Das war nice. Oh, okay. Oh, da hielt der Schlüssel, Mann! Oh! Oh, ich lebe noch, wollte ich gerade sagen, ey. Hä? Oh, das braucht er noch ewig, bis es ankommt hier. Ah, komm herz, Baby! Schnuckel, wollte ich schon sagen. So, ich würde mal sagen, ein Level machen wir noch. Ich will noch sehen, wie lange das dauert. Ja, ich glaube, da kann man verarschen, ey. Ich glaube, da kann man verarschen, ey. Guck mal, da kann das Ding gar nichts mehr. Ach, warte, unten das Ding. Verdammte Axt. Lass mich! Komm schon, hier runter. Oh, das, das ist ja blöd, da. Mal kaum Platz auszuweichen, ey. Beziehungsweise mal keinen Platz auszuweichen. So wie soll man das Treffen da sagen. Ja, genau. Ich bin nämlich gleich eine Befüße zum, zum... Geh doch runter! Hm, das war ganz klasse. Ganz klasse! Ja, ich bin doch gar nicht nach links gesprungen. Verdammte Axt. Äh, nach rechts gesprungen. Tja! Das ist doch ein Scherz, oder? Dass ich das Ding rein, jetzt nicht zu grad drehen kann. Und sich niemals selbst kaputt macht. Ich meine, ich würde keinen Unterschied machen. Ich wäre ja trotzdem tot, aber... Trotzdem! Alte Scheiße! Da kommt die Scheiße von unten trotzdem... Äh, von oben trotzdem noch runter. Ja! So, guck mal, jetzt schießt noch nix mehr von oben. Wo soll denn der Scheiß? Die machen das jetzt am dümmsten. Na, Fick! Tu nicht! Okay, das wäre das letzte Level. Das sage ich ja jetzt schon. Das müssen wir schaffen, aber das wäre das letzte Level. Ja, ja, ja. Ja, ja! Okay. Oh, komm her, Baby! Woooo! Nice! Ah, das Rebelly gucken wir uns noch an, aber... Dann war's das auch für heute. Für Meat Boy zumindest. Ach, du Scheiße! 17 Sekunden soll man da brauchen. Maximal. Ja, das war natürlich dumm hier, das stimmt. Aber da unten habe ich auch schon Haukensittler Zeit liegen lassen, rechts. Aber nun gut. Wie weit sind wir denn gekommen? Ach, guck mal an, kurz vor dem Endpost. Kurz vor dem Endpost, was machen wir denn da? Wir machen weiter, ne? Wir machen weiter. Kurz vor dem Endpost machen wir das nicht weiter. Das ist natürlich, die Frage stellt sich gar nicht. Nee, so nicht. Ach, du Scheiße! Hm, jetzt kommen die Dinger hier dauernd vor. Ach, du Scheiße! Wie zum Geier soll ich das denn machen? Ach! Geh hoch! Ah! Hm, so war's ganz klasse. Ja, so ungefähr. Nee, das habe ich schon gesehen, dass das schief geht, weil er da so komisch nach rechts gewandt ist, wieder dieser Kopf. So, jetzt aber. So, wie machen wir das jetzt am früsten, ne? So nicht. Oh, ich bin mit einem kleinen Zeh in Salz reingedreht und gleich verreckt. Oh, ich lebe noch. Oh, das habe mir gar nichts gebracht. Der geht halt nicht. Ja, da rein in dieses scheiß Fickloch. Oh Gott, das könnte mir jetzt auch wieder böse andeuten, dieses Wort. Tja! Ja! Na, 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 na. Das ist doch ein witziges Level, oder? Oh, das ist doch nicht mal der richtige Schlüssel. Fick, ey! Da muss ich jetzt über die Olle drüber, über die Olle drüber, den Schlüssel holen und dann wieder zurück, um das Pflaster noch zu holen. Oh! Ja, dreh doch deine Kreise, du scheiß Rakete. Rote Rakete, rote Rakete. Ich finde den witzig lustig. Ja, so war es geplant. Und fallen die Rakete reingehälfte. Ja, hau mal die Rakete doch einfach oben auf die Stirn drauf. Ja, ne, ist schon klar, man. Ja, habt ihr die Rakete gesehen? Ey, das ist doch lächerlich, oder? Ja! Fick die Luzi, ey! Weiß nicht, ob die Klasse haben sie. Hä? Ja! Die Rakete, ich liebe sie! Ne, 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 ich liebe sie! Ah, jetzt kannst du hier auch einmal in die Ecke reinschießen. Natürlich. Natürlich! Ah! Ah, gut, äh, mittlerweile mit der, äh, 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 aktuellen Partlänge, kann ich um ehrlich zu sein, nicht mehr sicherstellen, ob, äh, Searching Simulator noch kommt. Aber, mal schauen. Das ist echt ein Scherz, oder? Eigentlich würde ich schon, wenn ich den, 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 das Pflaster haben wollen. Ich komme da nicht mehr rein, ich komme da nicht mehr rein! Guck mal, ich komme da nicht mehr rein, diese Scheiße! Ach, Fick dich, Scheiße auf das Pflaster, ey! Scheiße auf das Pflaster, wir gehen jetzt zum Endboss! Brownie! Bring it! Stück, Stück Scheiße, oder was? Mietoy, Mietoy! Hallo! Ab dich, Baby! Mietoy, 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 Mietoy! Mietoy, 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 M Ach du Scheiße, da kommt Salz, Mann. Ach du Scheiße. Oh. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Muss schneller sein als dieser Scheiß-Klumpen, oder? Ist das das Ziel? Boah, Fick. Ah, jetzt geht er da nicht rein. Ja. Ja. Nein. Oh. Habt ihr es gesehen? Wie knapp. Das hätte ich jetzt echt verdient gehabt, dass ich das noch schaffe, Mann. Oh, ich bin... Ich hab... Ich muss nicht sagen, dass ich gedrückt habe, oder? Muss ich nicht sagen, glaube ich. Ja. Muss ich nicht sagen, glaube ich, ne? Oh, ich hab schon gedacht, dass ich den ersten nicht schaffe, deswegen hatte ich eigentlich schon abgerechnet. Ja. Ist schon klar. Ach Scheiße, das wollte ich gar nicht. Ich hab schon gesehen. Ich hab immer wieder fünf Jahre dran. Hm. Jetzt scheitere ich ja schon an den sinnvollsten Aufgaben hier. Abfliege. Bitte, bitte, bitte Ach du Scheiße Was jetzt? Was denn jetzt? Hä? Hängt das Spiel? Guck mal, ich ring doch oben Hä? Hilfe! Rottig! Oh! Au! Au! Halt dich fest! Au! Nein! Au! 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 Ja! Ach du Scheiße! 37 Minuten! Ach du Scheiße! Wir müssen den Part verenden! Keine einzige Warp Zone gefunden! Na ja! Gefunden haben wir schon eine! Aber nicht reingekommen! Und die andere haben wir auch gefunden! Sind nicht reingekommen! Verdammt! Ey! Vielleicht wisst ihr es ja besser wie man rankommt! Aber ich glaube man kommt nur mit Warp Zone mit anderen Charakteren rein! Stimmt das! Kommt aber mit Meat Boy da nicht hin! Ach du Scheiße! Was ist das denn? Die Hölle! Hohoho! Helle! Okay! Ich werde mal ganz schnell im Part! Nächstes Mal geht es dann weiter in der Hölle! Ich hoffe ihr freut euch da drauf! Genauso wie ich mich freue! Lasst mir Kommentare! Was ihr so gesehen habt! Was ich übersehen haben könnte! Ansonsten das was ich gesehen habe! Braucht ihr natürlich nicht hier anzumerken! Ähm! Ja! Wie gesagt! Lasst mir doch ansonsten Kommentare! Ob euch irgendwas gefallen oder missfallen hat! Und dann hören wir uns morgen wieder zu Call of Hures Ganslinger! Und vermutlich auch zu Super Meat Boy! Aber wie gesagt! Keine Garantie! Weil Bonus Projekt! Kein Zeitplan da! Sondern es kommt wann es kommt! In dem Sinne! Vielen Dank fürs Zuschauen! Und ich bin jetzt weg! Bis dann! Bye Bye! Und... Tschüss!